Das ist der neue Audi A6 e-tron. Er steht hier im Doppelpack als Sportback und als Avant, als Elektro-Kombi. Die Oberklasse-Limousine ist eine neue Konkurrenz für BMW i5, Mercedes-Benz, EQI und den Genesis Electrified GV80. Wir werfen einen ersten Blick auf die Karosserie in beiden Varianten. Natürlich geht es zur Sitzprobe und es gibt alle Infos zur Technik und Reichweite. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 In Deutschland dürfte auch in der elektrischen Oberklasse der Kombi der Avant die wichtigere Rolle spielen. Keine Sorge, um den kümmern wir uns gleich, aber wollen natürlich auch ihm hier die Bühne geben. Das ist der neue Audi A6 e-tron Sportback. Beide Karosserie-Varianten sind 4,93 Meter lang, damit minimal kürzer als der Audi A6 mit Verbrennungsmotoren. Dafür ist das Auto ein bisschen höher und ein bisschen breiter. Man kann sich schon denken, warum die Höhe zugenommen hat. Es gibt einen Akku im Fahrzeugboden. Erklären wir aber, bevor es ums Design und die Technik geht, mal ganz kurz die Einordnung in der Modellpalette. Der Name A6 e-tron sagt ja schon aus, dass wir hier eben in der elektrischen Business Class unterwegs sind, wie eben auch BMW i5 samt der Touring-Variante, der Mercedes-Benz EQE, auch das Tesla Model S muss man da natürlich nennen und aus Südkorea den Genesis Electrified GV80. Okay. Gleichzeitig hat Audi ja angekündigt, dass in Zukunft die Modellreihen in der Bezeichnung getrennt werden. Der Audi A4 wurde zum A5, der nächste Audi A6 wird dann zum A7 werden. Die ungeraden Zahlen bekommen die Verbrennermodelle, auch als Plug-in-Hybride, und die geraden Zahlen stehen für die vollelektrischen Varianten. Also die e-tron Modelle, so heißen sie eben im Moment noch, weil wir beim A6 einfach die Unterscheidung haben zwischen dem Verbrenner A6 und dem A6 e-tron dann eben. Gehen wir mal an die Front und fangen an, über das Design ein bisschen zu sprechen, ohne natürlich jetzt zu sehr zu erzählen, was man alles sieht. Aber es gibt hier schon ein paar Dinge, die bemerkenswert sind. Auch die vollelektrischen Audis tragen den Single Frame, aber nicht als Rahmen um einen Kühlergrill, sondern das ist dann hier eine weitestgehend geschlossene Frontmaske mit steuerbaren Elementen für den Kühlluftbedarf des Antriebs, den so ein Elektroauto ja auch hat. Und dann sehen wir hier geteilte Leuchteinheiten. Einmal die Hauptscheinwerfer unten, optional mit Matrix-LED-Technologie, und dann oben Tagfahrlicht und Blinker in acht per Display konfigurierbaren Lichtsignaturen. Und da kann man sich das dann also aussuchen, wie man das gerne hätte. Die Plattform, auf der der Audi A6 e-tron steht, heißt PPE, Premium Platform Electric. Und das ist die gleiche technische Basis, wie sie auch beim Audi Q6 e-tron, beim SUV-Modell und beim Porsche Macan verwendet wird. Hier jetzt eben erstmals in einem flacher bauenden Auto, einer Limousine oder einem Sportback, um im Sprech zu bleiben, und im Avant. Das Frontdesign haben wir uns angesehen. Im Profil gibt es auch etwas Interessantes zu entdecken, nämlich diese schwarze Blende. Und die soll zusammen mit diesen Sensorabdeckungen in der Frontschürze bewusst technikoptisch erlebbar machen. Das heißt, hier wird der Akku im Fahrzeugboden dargestellt. Gleichzeitig kann natürlich hier dann auch diese farbliche Unterscheidung ein bisschen dafür sorgen, dass die große Blechfläche in ihrer Höhe optisch reduziert wird. Interessantes Detail ist, wie ich finde, die Fortführung dieses Elements dann hier im Heckstoßfänger. Und das sieht so in der Seitenansicht, wie ich finde, ganz gut aus, streckt das Auto optisch nochmal ein wenig. Als Option wird es digitale Außenspiegel mit Kameras statt Spiegeln geben. Da sehen wir uns dann auch gleich im Innenraum die Position der Displays an. Die haben ja im Audi e-tron, der dann zum Q8 e-tron wurde, ein bisschen für Kritik gesorgt. Hier gibt es eine Neuerung. Neu sind auch diese eingelassenen Türgriffe, wo man dann hier reingreifen muss zum Öffnen. Das ist ergonomisch nicht ganz optimal, aber natürlich auch der Aerodynamik geschuldet. Aerodynamik ist natürlich ein wichtiges Thema bei einem Elektroauto. Und das gilt auch für die Reichweite. Hier haben wir den Sportback. Da den Avant und die Entscheidung, welche Karosserie-Variante man wählt, ist vielleicht von dem Zusatzplus an Raum und Variabilität gekoppelt, an optischen Gründen oder an der Reichweite. Denn die Kombi-Karosserie ist natürlich aerodynamisch nicht ganz so ausgefeilt wie der Sportback mit einem CW-Wert, einem Luftwiderstandsbeiwert von 0,21. Und damit ist er schon echt ganz weit vorne dabei. Der Kombi ist mit 0,24 minimal nicht ganz so gut und hat in der Tat 30 Kilometer oder 25 bis 30 Kilometer weniger Normreichweite. Bis zu 750 Kilometer sind es beim Sportback, bis zu 720 Kilometer beim Avant. Das hängt dann natürlich auch von der Antriebskonfiguration ab. Die Modelle zum Marktstart haben im Fahrzeugboden einen Brutto 100 und netto nutzbar ein bisschen über 94 Kilowattstunden großen Lithium-Ionen-Akku. Es gibt einmal den A6 e-tron Performance mit Heckantrieb, also Motor hinten, Antrieb hinten und 270 kW oder 367 PS. Der fährt dann maximal 210 kmh Spitze. Und auch zum Marktstart verfügbar der S6 e-tron mit Allradantrieb, 370 kW, 503 PS umgerechnet. Und der soll in 3,9 Sekunden aus dem Stand auf 100 kmh schnalzen und bis zu 240 kmh schnell werden. Ein bisschen zeitversetzt, also wohl im Jahr 2025, startet dann noch der A6 e-tron Quattro. Jetzt wird es dann ein bisschen komplex fürs Zuhören, aber die Zuschauer kommen bestimmt mit. Das ist dann ein Fahrzeug auf Basis des aktuellen Performance-Modells mit Heckantrieb. Hat einen zusätzlichen Motor an der Vorderachse mit 140 kW und die Systemleistung liegt bei 315 kW. Und dann wird es auch noch ein preissensitiveres Basismodell geben mit 83 Kilowattstunden großem Akku, 210 kW Heckmotor und der ist dann eben das Basis, das Grundmodell. Zu den Preiseinordnungen, Einschätzungen komme ich gleich. Wir sprachen jetzt ja über Antriebe und Akkus und da darf natürlich beim Elektroauto auch das Thema Laden nicht fehlen. Gleich zwei Ladeklappen mit elektrischem Antrieb gibt es beim Audi A6 e-tron auf jeder Seite einen. Und das hat seinen Grund. Hier links haben wir einmal den Typ-2-Stecker und dann hier auch die Erweiterung mit CCS. Dank einer 800-Volt-Technologie kann über den CCS-Anschluss mit bis zu 270 kW geladen werden. Und das bedeutet, in 21 Minuten kann ich den Akkufüllstand von 10 auf 80 Prozent hieven. Oder wenn man es mal so im Alltag umrechnet, dann heißt das, in 10 Minuten kann ich Strom für 310 Kilometer Reichweite laden. Auf der rechten Seite haben wir eine weitere Ladeklappe. Wenn man die öffnet, dann zeigt sich hier nur ein Typ-2-Stecker. 11 kW, 3-phase, wird Wechselstrom auf beiden Seiten geladen. Das ist auch ein optionaler 22 kW Onboard-Charger in Vorbereitung. Warum macht man jetzt das mit diesen zwei Seiten und dieser Unterscheidung? Das hat natürlich einen ganz einfachen Grund. Wenn ich an den Schnelllader fahre, an der Autobahn oder an der Schnellstraße im Ladepark, dann parke ich meistens längs. Und dann kann ich das Auto so positionieren, dass ich mit dem schweren Kabel an den CCS-Anschluss komme. Wenn ich jetzt aber entweder in der heimischen Garage oder an dem Carport stehe, dann kann es sein, dass die Wallbox hier oder dort hängt. Oder ich parke am Straßenrand und möchte dann eine Ladesolte nutzen. Dann möchte ich nicht auf der verkehrszugewandten Seite mit dem Kabel hantieren. Und dann kann ich hier eben auf jeden Fall rechts das Typ-2-Kabel einstecken. Und das ist natürlich schon ganz smart, ganz gut mitgedacht. Kommen wir vom Laden zum Thema Laden, nämlich zum Thema Kofferraum und machen den kleinen Umweg über einen Haken am Heck. Den wird es als Option geben. 2,1 Tonnen Anhängelast sind möglich beim Audi A6 e-tron, unabhängig von der Modellvariante. Das ist natürlich für ein E-Auto schon ein ordentlicher Wert. Das Kofferraumvolumen beträgt 502 Liter. Nach dem Öffnen der elektrischen großen Heckklappe, das Boardback, dann sehen wir hier den Eingang in den Kofferraum über so eine fingertiefe Stufe. Dann haben wir hier den doppelten Ladeboden. Wenn ich den anhebe, dann sehen wir jetzt hier das Ladekabel liegen. Und an der Seite freut man sich über Teppichverkleidung, also keine kratzempfindlichen Kunststoffe, ein Ablagenetz und Haken, um Einkaufstaschen aufzuhängen. Wenn ich die Lehne, der Vordersitz nach vorne umklappe, dann entsteht ein bis zu 1330 Liter großer Laderaum beim Sportback. Ich habe eben gesagt, der Avant, der bringt so ein bisschen ein Plus an Variabilität und ein Plus an Laderaum mit. Natürlich bedingt durch den steileren Heckabschluss, der so steil aber gar nicht wirkt, weil die C-Säule ziemlich flach gestaltet ist und mit diesem schwarzen Element wird das dann hier ein bisschen kaschiert. Und damit soll er, so sagen die Designer, auch den Audi 100 Avant, der im Jahr 1982, 83 seine Premiere hatte, ein Stück weit zitieren. Unterstützt würde das werden, wenn das Fahrzeug nicht wie dieses Modell mit S-Line und Black-Paket dann hier eine Chromleiste hätte, die sich dann über die Fenster zieht und hier im Dachspoiler mündet. Aber ich habe da jetzt ein bisschen ausgeholt. Wir wollen ja über den Kofferraum sprechen. Wenn wir die beleuchteten Audi-Ringe bewundert haben, die sind Teil eines Optionspaketes, dann eben auch mit den OLED-Rückleuchten, die man verschieden schalten kann. Und dann jetzt hier in den Kofferraum, der auch 502 Liter misst. Aber wenn ich hier die Rücksitze umklappe, Thema 1, das Plus an Variabilität, ich habe nämlich hier die Federvorspannung, dann lockert sich die Lehne und dann kann ich meine Ladung dann dagegen drücken. Dann fällt das Lähneteil um oder das andere auch. Und der Laderaum, der steigt aufgrund des höheren Hecks dann um 92 Liter auf 1.422 Liter maximales Ladevolumen. Klar, da lacht jetzt vielleicht der E-Klasse-Fahrer oder der Sprudas Au-Pair-Fahrer, aber wir haben hier einen dann doch durchaus geräumigen Elektro-Premium-Kombi und davon gibt es eben im Moment auch noch nicht so viele. Wir starten jetzt zur Sitzprobe. 2,95 Meter stehen die Achsen auseinander, also das ist der Wert für den Radstand. Hier im Fond bin ich mit einer 1,92 Meter Größe, ich weiß kein Normmaß, ordentlich untergebracht, aber es gibt jetzt kein generöses Raumgefühl, wie es, nehmen wir mal einen Konzernbruder als Beispiel, beim auch von elektrischen VW ID.7 der Fall ist. Ich habe den Fahrersitz hier mal auf meine große Größe eingestellt, dann passen hier so zwei Finger breit ungefähr dazwischen. Ich kriege die Füße gut unter den Sitz, aber ich sagte ja eben, wir haben hier die Plattform erstes Mal in einem flachen Auto. Im A6 e-Tron muss ich dann hier hinten schon die Beine ein bisschen stark anwinkeln als großer Mitfahrer. Dafür passt die Kopffreiheit, das ist eben der Kompromiss, der gefunden werden muss von den Konstrukteuren. Leider geht die Kopfstütze hinten nicht weit genug raus, aber das ist etwas, was man bis zum Serienstart natürlich noch schnell ändern kann. Eine Mittelarmlehne gibt es mit zwei Becherhaltern, leider nicht ausziehbar, sondern hier in der Mitte, also muss man den Arm dann da so um die Getränke herumlegen. Sehr gut gefallen bei Audi immer die hinter Klappen versteckten Isofix-Bügel. Da geht dann da eben nichts kaputt am Material. Außerdem gibt es dann hier zwei Lüftungsausströme, ein Bedienelement für die drei Zonen Klimaautomatik und ausstellungsabhängig auch Sitzheizung im Fond. Der Mitteltunnel ist ziemlich schmal. Klar, wir haben hier ein Elektroauto, da muss man keine Antriebshardware hier durchschleusen. Schauen wir noch in die Türverkleidung hinein. Da sehen wir dann hier Stoffbahnen. Das ist ganz schön gemacht mit den Kontrastnähten in so einer geschwungenen Form. Die wird hier auch wiederholt, mit einer kleinen Ambiente-Lichtleiste über der Lautsprecherabdeckung mit Bang & Olusen-Symbol, wenn das optionale Soundsystem gewählt ist. Leider gibt es in der Türtasche keine Teppichauskleidung, sondern einfach Kunststoff. Also wenn da was drin liegt, dann klappert es ein wenig. Wir gehen weiter in die erste Reihe. Ein neues Auto soll ja Menschen immer zum Umsteigen bewegen, deswegen steige ich jetzt auch mal um. Die Tür kann man leicht ins Schloss drücken. Dann kommt die optionale Soft-Close-Automatik und ich steige um in das Sportback-Modell. Denn hier wollen wir uns jetzt mal die lederfreie Innenausstattung ansehen. Mit Stoffbezügen auf den Sitzen, hier mit ausziehbarer Oberschenkelauflage. Dann sehen wir hier auch das Stoff am Armaturenbrett. Und wir haben ein lederfreies Lenkrad, was sich jetzt hier so im Stand ganz gut anfühlt. Da müsste man mal sehen, wie das so nach einem langen Sommertag ist. Aber auch das fühlt sich hier ganz gut an. Ich hatte ja die Außenspiegel erwähnt, die wir hier als Kameras konfiguriert haben. Und deren Displayposition innen hat sich geändert. Das ist jetzt viel weiter oben in den Türen, damit besser im Blickfeld des Fahrrads. Wenn ich jetzt hier in Richtung A-Säule blicke, dann sehe ich da eben das Display und nicht hier weiter unten. Weiter unten ist dafür ein großes Paneel in der Tür, wo ich alle Lichtsteuerungen und dann eben auch Spiegelverstellung und Sitzmemory mache. Das ist schon fast ein bisschen überladen. Aber da muss man sich ja dann auch dran gewöhnen. Human-Centric nennt Audi die Cockpit-Gestaltung, die sich um den Menschen schmiegen soll. Und für die Displays gibt es auch einen Fachbegriff Digital Stage. Und die umfasst hier eben auch die Außenspiegel-Displays, aber vor allem die hochauflösenden, tiefschwarzen OLED-Displays, wo man kaum den Rand des Displays sieht. Einmal 11,9 Zoll hinterm Lenkrad und einmal 14,5 Zoll als Infotainment-Display. Hinterm Lenkrad kann ich dann über die Einstellungen im Multifunktionstasten-Lenkrad dann hier mir verschiedene Layouts aufrufen, verschiedene Inhalte mir hier reinholen. Das ist schon alles logisch und eben auch gelernt aus vielen Konzernmodellen über die letzten Jahrzehnte mittlerweile. Die Fahrassistenz, die wird dann über einen weiteren Lenkstockhebel links vom Lenkrad bedient. Außerdem wird dann ausstellungsabhängig ein Head-Up-Display mit Augmented Reality-Inhalten geben, was dann eben auch Informationen der Fahrassistenz, zum Beispiel Navigation, dann schön auf die Straße projiziert. Außerdem wird man da auch ein Spiel spielen können und dann hier mit den Rekuperationshippen dann da eben auch so ein Space Shuttle steuern können. Das ist vielleicht eine Ladepause, ganz interessant. Interessanter ist für uns in diesem Video natürlich, wie es hier alles so aussieht und sich bedienen lässt. Wir haben das große, zum Fahrer hin geneigte Display dann hier für das MMI, das Multimedia Interface. Da haben wir hier links die Möglichkeit, durchs Hauptmenü zu surfen mit Navigation, Telefon, Anbindung, Einstellungen zum Beispiel. Und dann gibt es hier auch die Kachelansicht. Ich kann mir Third-Party-Apps reinladen. Wir haben hier Musik-Streaming-Dienst, Amazon Alexa und dann hier auch noch ein Spiel. Da soll es dann in Zukunft noch mehr Möglichkeiten geben. Aber ich kann natürlich hier auch Fahrzeugeinstellungen vornehmen. Ich kann Displays und Ambiente, Licht und so weiter ändern. Ich kann jetzt aber auch zum Beispiel dann, gehen wir nochmal hier rein, dann das Lademanagement steuern, natürlich dann sagen, wie weit soll der Akku geladen werden. Und dann habe ich hier die Informationen eben auch. Unten gibt es eine feststehende Leiste für Klimafunktionen und Sitzheizung. Da kann ich dann hier alles einstellen. Das ist also immer da und schnell erreichbar. Außerdem wird es als Option ein Beifahrer-Display geben mit 10,9 Zoll Bildschirmdiagonale. Da kann man dann hier also auch sagen, man möchte zum Beispiel die Navigation ändern, Ziel eingeben oder Zwischenstops. Ich kann aber dann auch hier das Entertainment-Programm verwalten oder mir perspektivisch zum Beispiel auch einen Film ansehen. Und dann gibt es so einen Active Privacy Mode. Also der Fahrer sieht dann während der Fahrt nicht, was passiert da. Und ist dann da wenig abgelenkt. Zum Start läuft aber die Audiospur noch über das Soundsystem im Auto. Das heißt, der Fahrer könnte den Film hören, aber nicht sehen. Aber da soll dann bald Abhilfe geschafft werden, dass man also über eine spezielle Bluetooth-Verbindung dann hier mit dem Kopfhörer das zum Beispiel sehen und auch hören kann. Und der Fahrer dann davon eben nicht behelligt wird. Lüftungsausströmer mit verstellbarer Richtung gibt es hier. Also das ist alles nicht elektronisch geregelt und an manchen vielleicht doch irgendwie zu zugig oder zu weit oben, zu weit unten. Das finde ich ja ganz gut. Da müsste man auch nicht viel mehr rein-engineeren. Zwei USB-C-Anschlüsse haben wir und einen 12-Volt-Anschluss. Hier sogar, was es auch noch gibt, im Elektro-Audi ein Raucherpaket als Option. Also hier haben wir dann den Zigarettenanzünder und einen Aschenbecher. Davor lädt das Smartphone induktiv mit so einer Klammer. Und dann haben wir hier eine Mittelkonsole mit Becherhaltern unter einer Jalousie. Dem Drehregler für die Audiolautstärke und zum Ändern von Musikstück oder Radiosender. Außerdem hier den Knubbel zum Einlegen der Fahrstufe und den Startknopf für den Antrieb. Das können wir leider heute noch nicht machen. Wir können also den A6 e-tron noch nicht Probe fahren, aber wir können schon mal die Preise ein bisschen einordnen. Ab Spätsommer 2024 wird der Audi A6 e-tron bestellbar sein. Zu dem Zeitpunkt, als dieses Video entsteht, wir durften ein bisschen früher ran, sind die Preise noch nicht bekannt. Aber wir können mal so eine Einschätzung geben. Der Performance, also das Modell mit 270 kW Peakleistung, soll bei ungefähr 75.000 Euro starten. Der Avant dürfte dann eben den bekannten Kombi-Aufschlag dazurechnen. Und damit liegt er schon auf selbstbewusstem Niveau. Der BMW i5 als e-Drive 40 startet bei 70.200 Euro als Limousine. Der Touring ist dann 2.000 Euro teurer. Und nehmen wir mal den Genesis GV80 auch mit rein als asiatischen Mitbewerber. Der startet bei knapp 74.000 Euro. Außerdem gibt es zum Start den S6. Der soll knapp unter 100.000 Euro liegen mit seinem 370 kW starken Antrieb. Und wenn dann die ganze Modellpalette bereitsteht, eben auch mit dem angesprochenen Basismodell, mit dem kleineren Akku, dann soll sich der Einstiegspreis in die A6 e-tron Baureihe bei 60.000 bis 65.000 Euro bewegen. Das ist natürlich dann schon ein bisschen nahbarer. Vielen Dank fürs Zusehen bei diesem ersten Check des neuen Elektro-Audi in der Oberklasse als Boardback und als Avant. Ich bin natürlich jetzt neugierig. Welche dieser beiden Varianten gefällt euch besser? Oder würdet ihr eh sagen, ich nehme lieber den i5 oder den Mercedes oder den Genesis oder ein Verbrenner-Audi, wie auch immer. Ich freue mich auf alle Kommentare, Meinungen, Fragen und was sonst noch loswerden wollte. Ich werde alles lesen und versuchen, auf das meiste zu antworten. Mehr zum Audi A6 e-tron gibt es, du ahnst es schon, bei autonotizen.de. Das verlinke ich unten. Außerdem findest du in der Videobeschreibung die Links. Einmal zur Playlist mit allen Audi-Videos und zur Playlist mit allen E-Auto-Videos hier auf dem Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank, Anni Matthias fürs Filmen. Und bis bald. Ciao. 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 Ciao.